Play-Offs Baby! Schmeckt's? Brötchenworte ist ja gut, ja. Nächste Woche kommt Sommer. Ja. Aber ich warte nur auf die Kühe. Ok. Nächste Woche ist die Pflicht. Sind noch ein paar Dreier aufgehoben für nächste Woche? Ich hoffe, ich hoffe. Heute nicht. Nee, warum? Naja, viel Bank gesessen. Viele Fouls. Bisschen kleinlich. Bisschen sehr kleinlich. Aber eigentlich nicht ganz Play-Off-würdig. Aber ansonsten hätten wir ruhig die 100 machen können. Schauen wir mal, was noch geht noch die nächsten Tage. Und dann müssen wir erstmal jetzt anbringen. Prost! Post-Season! Wie war das Spiel? Gut. Hat der recht, Stefan? Play-Offs Baby! So viel war gut? Ja. Ja? Ja? Nee doch, war gut. Nächste Runde kann kommen, oder? Ja. Ich meine, es ist gut. Es wird auch gut sein. Wittball war. Die Halle wird ein bisschen zu stark. Mal schauen. Post-Season! Ähm. In einem zerfahrenen Spiel. Waren die Baskets die abgezockte Truppe. Gut. Play-Offs Baby! Ich möchte sagen, wunderbar war René Schneider. Aber nicht ich! Nur René Schneider! Im Anfang die ersten mit Abgraben und Pässe und allem noch und dran. Aber auch die anderen. Gott sei Dank haben alle wunderbar mitgespielt und haben die Sache in den Griff gekriegt. Du bist der Nähkopf? Das ist mein Opa. Ich bin mein Opa. Ich bin mein Opa. Du bist gut, Junge. Ich bin mein Opa. Post-Season. Play-Offs Baby!